Sie erstellen Videos und wollen diese mit Untertiteln versehen, haben aber nicht viel Zeit? Es gibt einfache, leichte Wege, Ihren Videos Untertitel hinzuzufügen und natürlich auch komplexere Möglichkeiten. In diesem Tutorial zeigen wir einen Weg, der nur vier Schritte in Camtasia und YouTube benötigt. Erster Schritt. Erstellen Sie Ihr Video. Am besten mit Camtasia. Auch wenn es sich so anhört, als gehöre es nicht zum Prozess der Untertitelung. Hier sind ein paar Tipps und Tricks, die Sie in Erwägung ziehen sollten, wenn Sie Ihr Video erstellen, damit im Endergebnis leichter Untertitel hinzugefügt werden können. Tipp Nummer 1. Versuchen Sie, Ihre Sprechgeschwindigkeit zu reduzieren, damit das Ergebnis einer automatischen Untertitelung besser wird. Tipp Nummer 2. Nutzen Sie, wenn möglich, ein USB-basiertes Mikrofon, um eine bessere Audioqualität als beispielsweise mit einem eingebauten Mikrofon zu erreichen. Sollten Sie keins haben, nutzen Sie natürlich das, was Ihnen zur Verfügung steht. Tipp Nummer 3. Lächeln Sie. Wenn Sie während der Aufnahme lächeln, hält das die Stimme auf und macht sie freundlicher. Und das hört man in der Aufnahme. Okay, nun zum zweiten Schritt der Untertitelung Ihres Videos. Schritt Nummer 2. Exportieren Sie das Video im MP4-Format. Wählen Sie in Camtasia Produzieren, um das Video als lokale Datei auf Ihrem Computer zu speichern. Schritt Nummer 3. Laden Sie Ihr Video bei YouTube hoch. Melden Sie sich bei Ihrem YouTube-Konto an. Klicken Sie auf das Erstellen-Icon und wählen Sie Video hochladen. Folgen Sie den Schritten zum Hochladen Ihres Videos, bestimmen Sie die Details und schließen Sie den Hochladeprozess ab. Schritt Nummer 4. Nutzen Sie die automatische YouTube-Untertitelung. Wenn Ihr Video fertig hochgeladen ist, wechseln Sie in Ihr YouTube-Studio. Suchen Sie Ihr Video und bearbeiten Sie Ihre Untertitel entweder direkt in YouTube oder in YouTube. Oder laden Sie sie herunter, um sie in anderen Programmen oder Lernplattformen zu nutzen oder sie in andere Sprachen zu übersetzen. Hier stehen Standardformate wie VTT und SRT zum Download zur Verfügung. Eine wichtige Anmerkung hierzu. YouTube wird Ihr Video nach einer gewissen Zeit automatisch untertiteln. Die Dauer, bis das passiert, variiert jedoch nach der Länge des Videos und nach dem Rückstand, den YouTube beim Hochladen von Videos hat. Die Methode, die wir gerade kennengelernt haben, ist leicht auszuführen und schneller als das Abtippen des gesprochenen Kommentars. Es gibt auch viele Alternativen zu YouTube, die eine ähnliche automatische Untertitelung ermöglichen. Eine der Alternativen ist zum Beispiel Microsoft Stream, Bestandteil von Office 365. Haben Sie eine Methode gefunden, die richtig gut funktioniert? Lassen Sie uns wissen, womit können wir Ihnen sonst helfen. Auf unserer Webseite finden Sie viele weitere Tutorials und Ressourcen, die Ihnen beim Erstellen Ihrer Videos helfen werden.